Oh Gott! Oh Gott! Wah, Lakito. Das ist der, danke. Dö, 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 und du lässt mich zufrieden. Wah, Alter. So. Hey, Wigo! Die Bombe explodiert noch hinter uns. Ach, geil, episch. So, was kommt denn jetzt für ein Stern? Warum bin ich da gerade gegen? Egal. So, machen wir nur ein, zwei Sterne und dann reicht es auch schon für heute. Wieder. Das sind wir auch bald gecleert, hoffentlich. Hinten, äh, äh, äh. Und dann werde ich jetzt keine 100 Ministerin sammeln, weil das geht, glaube ich, gar nicht. Man kommt ja gar nichts zurück. Das mache ich dann am Ende. Dö, 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 und das wird dann auch mal spaßig. Hehe. Da, 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 da. Und es kommt wieder ein Wandsprung auf Dumm. Eine Wandsprung auf Dumm-Folge. Sozusagen. So, und ich lässt mich pritzel, pritzel in Ruhe. Danke. Gutes, pritzel, pritzel. Bis ein liebes, pritzel, pritzel. Ich mag dich, pritzel, pritzel. Willst du mal Freund werden? So. Oh, 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 oh. Das war schlecht. Hey, wir sind mit dem Teppich verschwunden. Geil. Oh. Do. Mamma Mia. Ja, Mamma Mia. Ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin in diesem Display. Ich bin schon sehr oft. Naja. Sind mit Quellen ansetzen. Auch wenn ich dann den Monitor nicht mal so groß sehe, aber egal. Huui. Huui. Huibui. Ahem. Warum singen die ganze Zeit? Ich komme hier gar nicht richtig. Ach egal. Pritzel, pritzel, ist ein Vieler zufrieden. Du bist ein brabes, pritzel. pretzel ich weiß ehrlich gesagt nicht wie das hier auf richtig heißt auf richtig ja also wie das hier richtig heißt ich muss man die so was zu tun bis näher ran und mich nicht ordentlich hinsetzen kann und es muss dahin glaube ich ist täuscht doch einmal in frieden und warum war da kann es auch jetzt in der bombe doch geil du hast mich zufrieden du scheiße nein du ja klar er hat mich gar nicht getroffen verdammte scheiße nein hat es echt mal der einfacher ist und das landes aquaria o kanonen öffnen bitte kanonen öffnen labern doch mal an ja ich mache die kanonenabschluss bereit oh gott da muss ich dann noch hin auf das schiff wieder ekelhaft ja 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 da muss ich erstmal hin bevor ich die kanonen kann mir lieber so wir haben da von der anna von der feuer gespuckt nein war auch schon noch mal und ich habe mario meine fresse schlimme ist ja schön mit dir ja super okay das ist doch mal zufrieden da auch immer du bist das vorher viel bin ich jetzt richtig ich glaube schon so hoch hier wo freundchen mama 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 mario kriegt dich wieder ein das war sogar ganz gut glaube ich die noch mal da hoch verdammte scheiße ich habe da bräuchte einen seitwärtssprung hier bei der stelle na 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 seitwärtssprung ist doch gar nicht so schwer das scheiß seitwärtssprung da braucht man nur ein bisschen mehr anlauf na geht doch bravo mario so und huppa darüber sechs huppa nein ouch und wieder da hoch und da kommt da hoch und huppa hol ich hoffe ich habe ich sage mal zwei vier sechs sieben müssen die achte ach komm schwing da runter bitte wo sind die achte künze eeu nein ouch ach doch unten ah ok dumm dumm weil heil heil sprung und eingesammelt yeah da 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 also das ist noch einer der einfachsten abruppen müssen sterne ehrlich gesagt so hey habe ich den gerade du bist eben echt schon eingesammelt der stern ha ich bin außen fünf sterne noch dann haben wir das spiel durch ach geil da 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 so wie viele haben wir jetzt drei stück ich glaube ich mache erstmal schluss heute wir sehen uns dann das nächste mal bei let's play super mario 64 wahrscheinlich in der finalen aufnahmephase oder so bis denn bis denn